Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute gucken wir uns zusammen den Mercenary an. Ich habe mir jetzt überlegt, vor allem bei meinem Ranger war es so, dass der Guide oder das Video, das ich über Ranger allgemein gemacht habe, hat halt auch den Akrobat enthalten. Und das ist dann ganz schön lange geworden. Ich glaube das Video geht über 30 Minuten und jetzt habe ich mir gedacht, ist vielleicht doch klüger, wenn man die First Klassen aus den späteren Guides rauslässt, weil es ja doch relativ viel Zeit annimmt. Selbst wenn es nur 5 Minuten sind, sind das immer noch 5 Minuten. Und viele Leute interessiert ja vor allem am Anfang, wenn sie quasi komplett neu starten, nachdem sie 10, 12 oder was weiß ich immer, wie viele Jahre sie nicht mehr gespielt haben. Wenn die dann wieder anfangen, wollen sie wissen, ja Mercenary, was mache ich? Assist, was mache ich? Mage, was mache ich? Und ich denke, das sind solche Videos dann doch ganz hilfreich. Und ja, als erstes gucken wir uns mal die Skills an vom Mercenary. Also meine persönliche Empfehlung und dieser gesamte Guide beruht einfach nur auf meiner persönlichen Erfahrung und Empfehlung. Ihr könnt gerne auch anders spielen oder andere Ideen in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe jetzt hier immer davon aus, grundsätzlich neuer Spieler, kein Geld, keine Hilfe, kein Ringmaster. Komplett neuer Spieler. Das einzige was er hat, ist ein Assist, der hinter ihm herläuft, weil wer das nicht macht, hat sowieso schon verloren. So traurig das auch leider ist. Das heißt, ihr fangt an zu spielen und macht euch direkt zwei Characters. Der eine wird ein Mercenary, das ist euer Main-Character und der zweite wird ein Assist, das ist euer Buffer, euer Supporter, weil ihr seid einfach extrem auf diese Buffs angewiesen. Mit jeder Klasse, nicht nur mit Mercenary, aber auch vor allem mit Mercenary. Bis Level 25 würde ich euch tatsächlich empfehlen, mit Skills zu leveln, wenn ihr bereit seid, euer Reskill zu opfern. Also wenn ihr schon genau wisst, ihr werdet Knight oder Blade und ihr wisst auch genau, wie ihr als Knight oder Blade spielen wollt, dann werdet ihr euer Reskill mit diesen beiden Klassen und das verspreche ich euch später nicht brauchen. Wenn ihr genau wisst, ihr werdet 1v1 Schwert und Schild Knight, ihr werdet normaler 1v1 Knight, ihr werdet Aue Knight, ihr werdet 1v1 Blade, ihr werdet Aue Blade, ihr braucht die Skillpunkte nicht. Natürlich kann man hier und da vielleicht einen Skillpunkt zum Beispiel für sowas wie Sneak einsetzen oder so, aber grundsätzlich kann ich euch nur sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, ihr braucht die Skillpunkte nicht. Bei Job Change kriegt man 100 Skillpunkte und das reicht locker, um danach alles zu maxen, was man unbedingt braucht und wenn man dann noch weitere Level-Ups bekommt, kriegt man ja auch wieder neue Skillpunkte dazu. Das heißt, bei Knight und auch Blade braucht man das Reskill später eigentlich nicht, wenn man, wie gesagt, schon genau weiß, was man vorhat. Auf dieser Tatsache basierend, dass man später schon genau weiß, was man vorhat, würde ich euch tatsächlich empfehlen, dass ihr mit Skills anfangt zu leveln. Das heißt, bis Level 25 würde ich euch tatsächlich dringend empfehlen, mit Skills zu leveln, weil wenn ihr keine M-Support habt, sondern nur die Anfängerhelfer-Buffs am Anfang, weil wenn ihr Level 15 erreicht, kann euer Assist euch noch nicht buffen. Wahrscheinlich ist euer Assist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Level 15. Das heißt, er ist noch nicht mal Assist und das heißt, ihr habt quasi nur die Anfängerhelfer-Buffs und die sind extrem schlecht, vor allem wenn man mit Auto-Attack spielen will. Und deswegen würde ich euch empfehlen, mindestens bis Level 25 mit Skills zu leveln und dafür würde ich euch empfehlen, Splash auf max zu machen. Den nächsten Skill, das wird leider abgeschnitten, aber Keenwheel würde ich auf max machen und alle restlichen Skillpunkte in Blindside reinballern. Bis mindestens Level 25. Warum das Ganze? Das ist eine Triple-Kombo und die ist auch echt stark. Selbst auf lowem Level habe ich sie ausprobiert. Ich habe das dann quasi nur deswegen nicht gemacht, weil ich hatte einen Ringmaster-Support. Das heißt, ich hatte auf Level 15 Haste-Max, Accuracy auf einem hohen Level, Cannonball-Max, B-Fab auf einem hohen Level. Also ich hatte extrem gute Buffs und zusätzlich noch RM-Buffs, also einfach extrem viel Schaden, sau schnell angegriffen und so. Da haben sich die Skills dann nicht gut angefühlt, weil die Animation von den Skills zu lange war. Aber wenn man quasi gar keine Tag-Speed hat und voll wenig Damage macht mit seinen Auto-Attacks und eine schlechte Hitrate hat, wenn das alles zutrifft, dann sind diese Skills extrem gut. Und deswegen, wie gesagt, Splash-Max, Keenwheel-Max, den zweiten Skill und den dritten Skill Blindside. Einziger Nachteil von dieser Kombo ist tatsächlich, dass Keenwheel zum Beispiel nur in den Action-Slot passt, weil es ist eine Kombo. Das heißt, ihr könnt weder Blindside noch Keenwheel einfach so einsetzen. Deswegen müsst ihr auch unbedingt Splash auf Max machen, bei den Skill könnt ihr einfach immer benutzen. Also den könnt ihr hier zum Beispiel auf die 3 ziehen und dann einfach spammen. Also wenn zum Beispiel euer Action-Slot overheated ist, dann einfach Splash benutzen. Ansonsten einmal Splash, einmal Keenwheel und einmal Blindside in den Action-Slot. Das ist eure Go-To-Kombo. Damit sollte eigentlich jedes Monster One-Shot sein. Also normalerweise sollte Splash und Keenwheel wahrscheinlich schon fast reichen, um die meisten Monster zu töten. Was ändert sich jetzt theoretisch auf Level 25? Auf Level 25 bekommt man den Skill Blazing-Slot. Blazing-Slot gibt 10% Treffgenauigkeit. Das heißt, zumindest eines der Probleme, die man im Low-Level mit Auto-Attacks hat, ist eine extrem schlechte Treffgenauigkeit. Das wird hier schon mal deutlich besser mit 10%. Sie ist immer noch nicht perfekt oder immer noch nicht sehr gut, aber auf jeden Fall besser. Das heißt, rein theoretisch, wenn ihr auf Level 25 auch einen Assist auf Level 25 habt, der auch Haste-Max hat, habt, habt ihr ab Level 25 einen guten Attack-Speed und eine bessere Hit-Rate. Und das heißt, spätestens ab diesem Zeitpunkt kann man darüber nachdenken oder dafür argumentieren, zu sagen, Auto-Attacks lohnen sich ab diesem Zeitpunkt mehr, weil es einfach nicht an den Action-Slot gebunden ist, beziehungsweise Activation, Vital-Drinks und so weiter und so fort, was alles auch entweder Kosten verursacht oder einfach nervig ist. Das heißt, man levelt entspannter und man levelt auch nicht wirklich sehr viel langsamer, würde ich mal behaupten. Dadurch, dass die Skills ja auch einfach eine Animationszeit haben. Schlimm ist natürlich, wenn euer Mercenary Level 25 erreicht, dann habt ihr wahrscheinlich keinen Assist auf Level 25, der ist dann wahrscheinlich so ungefähr Level 20 oder 21. Das heißt, ihr könnt das auch ein paar Level später machen, ist nicht so schlimm. Aber spätestens, wenn ihr Haste-Off-Max habt, würde ich es an eurer Stelle machen, dass man dann das Reskill einsetzt, Blazing-Sword-Max macht, weil wenn ihr vorher, wie gesagt, Splash und Keen-Wheel und Blindside geskalt habt, habt ihr nicht genug Skate-Punkte, weil ihr müsst vorher auch noch Protection und Empower-Weapon skaten, um hier Blazing-Swords zu skaten. So viel Skate-Punkte hat man im Low-Level leider nicht. Deswegen müsstet ihr hier dann tatsächlich reskaten. Kann man bis level 40 rauszögern, diese Tatsache? Also man kann bis level 40 warten damit, bis man auch noch Sword-Mastery bekommt und der eigene Assist vielleicht noch Cannonball oder Accuracy-Off-Max hat. Das kann sich jeder dann selber überlegen, wie weit er das durchziehen will. Aber meine persönliche Empfehlung ist, wenn man Haste-Off-Max hat und eben dann mit Reskill-Blazing-Sword-Maxen kann, würde ich persönlich auf Auto-Attacks wechseln. Die Skills, die er dann benutzt, habe ich euch eh schon vorgefertigt gezeigt, hier bei meinem Knight. Also wenn ihr das dann gemacht habt, ich persönlich würde tatsächlich Protection-Maxen, auch wenn es im Low-Level nicht viel bringt. Zusätzlich eben Blazing-Sword-Maxen und dann habt ihr auch noch genug Skill-Punkte, ich habe es ausprobiert, auf level 40, um Sword-Mastery-Instant zu maxen. Was dann ein bisschen auf der Strecke liegen bleibt, ist ein Power-Weapon. Das ist aber tatsächlich nicht so schlimm, weil ihr im Low-Level nicht so viel Geld habt, dass ihr wirklich das Element entfernen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Antenne-Waffe für level 30 habt oder auf level 45 ein Sword-Off-Silver-Wing, mag das schon sein, dass man theoretisch das Element immer wieder entfernen kann, und dann immer das richtige Element benutzen kann. Das stimmt schon, oder man braucht nicht unbedingt das richtige Element. Aber das Problem ist, es ist relativ teuer. Und was die Erfahrung einfach gezeigt hat, ist, dass ein Power-Weapon in Flife-Universe nicht mehr so stark ist wie früher, deutlich schwächer sogar. Und entsprechend würde ich hier keine so große Priorität drauf legen. Also im Low-Level sind tatsächlich diese blank Schwertangriffskraft plus 50, Schwertangriffskraft plus 100 deutlich besser als diese Attributsschaden. Man hat ihn ja trotzdem, also wenn ihr ein Element auf eurer Waffe habt, habt ihr ja trotzdem Attributsschaden, wenn ein Power-Weapon niedriger ist. Man hat das ja nicht, gar nicht. Ich würde es einfach nur als letztes priorisieren, weil ihr wechselt sowieso so oft die Waffe im Low-Level. Element entfernen ist quasi keine Option. Also wenn ihr eine gute Waffe habt, wie gesagt, könnt ihr das Element nie wieder entfernen. Und ja, es ist einfach nicht so wichtig in meinen Augen. Dann die Buffs von eurem Assisten. Also meine persönliche Priorität sind auf jeden Fall Haste und Accuracy. Das sind die beiden wichtigsten Buffs, die ihr maxen solltet. Das heißt, eure Skillpunkte auf jeden Fall darauf auslegen. Hier solltet ihr nur auf 3 machen. Das reicht normalerweise, wenn euer Assist full-in geht. Das reicht locker, um euch immer wieder voll zu heilen. Wodurch ihr eigentlich auch keine Food-Kosten oder Food-Probleme haben solltet. Und dann ist es so, dann kommt es darauf an, was genau man für ein Equipment trägt. Also ob man es geschafft hat, zum Beispiel ein bestimmtes Set zu kriegen oder so. Wozu wir gleich noch kommen, die verschiedenen Sets. Aber entweder Heap-Up noch maxen. Bringt am Anfang einfach sehr viel HP und damit hat man kein so großes Risiko zu sterben. Sollte man das nicht benötigen, wenn man sich denkt, ich sterbe nicht. Ich hebe mich immer. Ich kann nicht sterben. Dann würde ich als nächstes auf Cannonball und zum Abschluss Beef-Up gehen. Für alle 5 reicht es leider nicht. Ihr könnt maximal 4 Skills eigentlich wählen als Assist, um die wirklich zu maxen. Ansonsten könnt ihr immer noch den Anfängerhelfer benutzen. Der geht jetzt nämlich bis Level 75. Das heißt, ihr könnt dann einfach den weiter benutzen und zusätzlich eben mit euren anderen Skills dann quasi aufbessern. Als nächstes kommen wir zu den Sets und Waffen. Zuallererst für Level 15 würde ich tatsächlich das 15er Set empfehlen. Als Anfänger werdet ihr das aber wahrscheinlich nicht zusammenbekommen. Es bringt auch tatsächlich nicht so viel, wenn ihr mit Skills levelet, es sorgt lediglich dafür, dass ihr ein bisschen mehr Death habt und tatsächlich weniger FP verbraucht. Aber das sind nur 15%. Macht jetzt nicht die Welt aus. Also kann man auf jeden Fall darauf verzichten. Später, wenn man auf 25 wirklich wechselt auf Auto-Attacks oder selbst wenn es noch kurz vor 30 ist, würden sich die Hitrate und die Crit-Chance natürlich anbieten. Aber auch hier wieder das Problem, man muss das Set halt haben. Also wenn man es zufällig günstig kaufen kann am Anfang, vielleicht, keine Ahnung, jemand verkauft es wirklich zufällig für 200k in Flares, wer weiß. Kann man sich es auf jeden Fall mitnehmen, kann man darüber nachdenken. Aber bis Level 30 levelet man echt schnell, auch wenn man Anfänger ist. Unter anderem auch durch Quests und so weiter und so fort. Das heißt, hier würde ich mich jetzt nicht drauf versteigern, dass man das wirklich hier unbedingt haben muss. Also es ist nice, wenn man es hat. Auf jeden Fall empfehlenswert, aber wenn man es nicht hat, es ist kein Weltuntergang. Die Waffe, die ihr bis Level 30 benutzt, ist tatsächlich relativ egal. Es gibt ein paar okaye Waffen. Zum Beispiel die Grabber-X für Level 15. Die hat einen guten ATK-Wert und 2 STR als Bonus. Aber es ist nicht so wichtig. Also im Low-Level die Waffen, die werden kaum verkauft. Also kaum jemand sammelt die. Also ihr könnt sie euch auch wahrscheinlich nicht mal kaufen, selbst wenn ihr danach suchen würdet. Und wenn ihr danach sucht, ist das eigentlich mehr oder weniger Zeitverschwendung. Weil in der Zeit könnt ihr einfach weiter levelen und seid ihr so schnell Level 30 oder 24 oder was auch immer. Und dann ist die nächste NPC-Waffe, die ihr droppt, schon wieder besser. Also das lohnt sich nicht, da zu viel Zeit zu investieren. Was dann tatsächlich wirklich das Erste wäre, was ein Must-Have ist, und das ist schwierig, das weiß ich, ist das Comet bzw. das Silos-Set für Level 30. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ihr auf Auto-Attack switcht, was mit Level 30 normalerweise spätestens der Fall sein dürfte, oder vielleicht kurz darauf, kurz nach Level 30, ist wirklich dieses Set. Es gibt 10% Hitrate, 7% Critrate und 15% Attackspeed. Hier sind vor allem diese 15% Attackspeed extrem ausschlaggebend, weil das einfach gigantisch ist, was man da an mehr Damage pro Sekunde macht, bzw. einfach Gesamtschaden. Steigt dadurch enorm, auch die Hitrate und die Critrate sind ein guter Boost, weil die Critrate kann man auf jeden Fall vernachlässigen, die merkt man im Low-Level jetzt noch nicht so sehr, weil selbst wenn man crittet, macht es nicht sehr viel Schaden. Aber trotzdem ist es einfach ein gesamt sehr gutes Set, eins der besten im Spiel, würde ich so ja fast meinen, wenn man es an das Level angleicht, auf dem man es tragen kann. Und ja, das Problem ist aber hier, es ist relativ teuer, also als Anfänger wird man es sich nicht einfach so kaufen können. Was man aber natürlich machen kann, ist, man könnte probieren, bei Leuten, die man beim Leveln sieht oder so, wenn man zum Beispiel Level 30er Mage Suit droppt oder die 30er Agro Suit, könnte man vielleicht probieren zu tauschen. Oder man probiert halt irgendwie einfach das Geld dafür zusammen zu bekommen. Also zumindest die dreiteilige Variante, die zumindest 10% Hitrate und 7% Critrate gibt, ist extrem günstig. Also die sollte man für fast nichts bekommen, für 150.000 Pinja alle drei Teile oder so. Das ist extrem günstig. Das Problem ist, die COD fängt, glaube ich, bei so 4-5 Mio an, in männlich und in weiblich minimal günstiger vielleicht. Aber wie gesagt, also wenn man da vielleicht selber ein bisschen Drop-Glück hat und selber was Gutes droppt oder man tauscht halt zwei Power-Dice ein oder so, ganz ehrlich, es lohnt sich. Also egal, was ihr bis Level 30 gedroppt habt, sollten eigentlich schon ein paar Power-Dicen so sein, tauscht sie dafür ein, es lohnt sich wirklich. Also darauf kann man eigentlich nicht verzichten, wenn man auf Auto-Attack switcht. Wenn man auf Level 30 als kompletter Anfänger, würde ich euch tatsächlich empfehlen, die Luder-Quest für Level 30 zu machen, mit dem Entenales-Sort. Hier ist das einzige Problem, die Quest ist relativ schwierig. Also wenn ihr da noch kein Heap-Up gemaxt habt, könnt ihr sie wahrscheinlich nicht schaffen, weil die Red Bangs, die man dafür töten muss, die haben tatsächlich eine Rage-Phase. Am besten wäre es wahrscheinlich, ihr tut euch mit anderen Anfängern zusammen, wenn ihr welche seht. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich ganz schön schwierig, diese Quest tatsächlich abzuschließen. Wenn ihr es aber schafft, es lohnt sich sehr, weil die Waffe ist wirklich extrem gut. Bis Level 40 kann sie auf jeden Fall mithalten. Und von 30 bis 40 levelt man schon nicht mehr ganz so schnell. Das heißt, die trägt man dann auch schon mindestens ein, zwei Stündchen auf jeden Fall. Im Anfänger-Licht betrachtet wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Dann geht es weiter mit Level 45. Also beim Set ändern wird es nichts mehr. Das Comments-Set für Level 30, das tragen wir tatsächlich bis Level 60. Selbst nach Level 60 würde man es tatsächlich noch weitertragen, wenn man bei Auto-Attacks bleibt. Also mit Blade 1v1 oder mit Knight 1v1 würde man Comments-Set weitertragen. Rein vom Damage her. Und halt hauptsächlich Attack-Speed ist wohl der wichtigste Wert auch. Und ja, genau. Das heißt, da ändert sich nichts mehr. Jetzt haben wir quasi nur noch die Waffen. Und da ändert sich eigentlich auch nicht viel. Also das Sword of Silverbring für Level 45 ist extrem gut. Level 45 müsste man sich das eigentlich auch leisten können. Es ist nicht so ultra teuer. 5 bis 10 Mio auf Boding aktuell. Also das kann man sich auf jeden Fall, also durch Quests und durch NPC-Verkäufe kann man sich das auf jeden Fall leisten. Oder zur Not wieder ein, zwei Power-Dies opfern. Und es gibt 7% Attack-Speed, 5-Hitrate und hat einen sehr guten ATK-Wert für das Level. Das heißt, eigentlich ein absoluter Must-Have. Also auch hier wieder Attack-Speed ist einfach einer der wichtigsten Werte im Spiel, wenn man mit Auto-Attacks kämpft. Und ja, eigentlich unverzichtbar. Auf Level 57 hat man dann die Wahl, auf das wesentlich günstigeres Barkling-Sword zu wechseln. Hat einen höheren ATK-Wert, gibt 20% Hitrate, aber dafür keine Attack-Speed mehr. Das heißt, der höhere Damage und dafür, dass es keine Attack-Speed gibt, gleicht sich schon fast ein bisschen aus. Aber die 20-Hitrate und 3-SDR ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Also man kann auf jeden Fall darauf wechseln. Würde man nichts falsch machen. Man kann aber auch, wenn man vielleicht seinen Sword of Silverbring zum Beispiel schon ein bisschen geupgradet hat auf Plus 5 oder so, kann man auch dabei bleiben. Ist in dem Fall dann nicht mehr so wichtig, ob man da jetzt noch wechselt, vor allem weil es eben mit Level 57 ist. Aber wenn man jetzt theoretisch immer aufs beste Item gehen würde, dann würde ich tatsächlich aufs Barkling-Sword wechseln. Was würde ich an Schmuck empfehlen? Ohne lange Erklärung, Schmuck würde ich persönlich euch einfach empfehlen. Nehmt Arex und Demoils. Das Level des Schmucks ist relativ egal. Im Low-Level kann man keinen sehr hohen Schmuck tragen. Das heißt, es bringt nicht so viel, wenn es zum Beispiel braucht es im Missen Level 25 sein, um den ihr eure Schmuck wieder auffüllen könnt. Also tragt einfach zwei Arex oder zwei Begoys und zwei Demoils. Und eine Gorn-Eckless, zwei Demoils, einmal Gore. Ist nicht so wichtig, wenn ihr kein Schmuck gehabt habt, es macht keinen großen Unterschied. Also wenn, dann liegt Priorität auf Demoils. Der Schmuck würde ich mich nicht zu sehr versteifen. Also, ja, und dann mit Level 60, gut, ist nicht mehr so wichtig. Weil ab 60 können wir dann eh von Mercenary wegwechseln. Aber dann wäre theoretisch das Dredrasort die absolut beste Wahl. Hat den höchsten ATK-Wert von den Level 60er-Waffen, außer Guardian-Axe. Und hat hier 260 bis 265, also einen extrem guten ATK-Wert. 15% Hitrate, 5% Attack-Speed. Ist natürlich nicht sehr günstig, dadurch, dass es so gut ist. Also es ist eine sehr beliebte Variante einfach auf Level 60. Aber hat halt auch wieder sehr gute Werte. Einfach 15 Hitrate und 5% Attack-Speed. Bombenkombination, die man ja schon die ganze Zeit bei Mercenary sieht. Immer Haste und Attack-Speed. Äh, immer Haste und Accuracy. Immer Hitrate plus Attack-Speed. Ist immer das gleiche Schema. Die beiden funktionieren einfach sehr gut miteinander, wenn man mit Auto-Attacks levelt. Weil, wenn man schneller angreift und immer trifft, ist das einfach das Beste, was es gibt. Und Crit-Rate und Crit-Damage und so spielen in dem Low-Level einfach noch gar keine Rolle. Weil man es einfach gar nicht kriegen kann. Es ist unmöglich, auf eine gute Crit-Rate oder auf einen guten Crit-Damage zu kommen. In diesem absoluten Low-Level. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Das war mein Mercenary-Guide. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Empfehlung. Es gibt auch noch andere Spielstile. Einen davon werde ich vielleicht in der Zukunft auch nochmal beleuchten. Aber ich denke, für Anfänger ist das wohl der leichteste zu adaptierende. Weil er auch einfach mit dem, was man früher so gemacht hat, sehr übereinstimmt, würde ich mal behaupten. Also früher hat man auch eigentlich kaum oder... Na gut, früher hatten tatsächlich viele Leute mit Skills gelevelt, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber eben vor allem im Low-Level, also vor allem bis Level 30 oder bis Level 25, hat man viel mit Skills gesehen. Also so im Saint-Morning-Area. Und später dann in Darkhorn haben die meisten Leute eigentlich nur noch mit Auto-Attacks gelevelt. Und genau so ist jetzt auch im Endeffekt meine Empfehlung. Es hat sich nicht viel geändert. Also ein absolutes OG, Old-School Mercenary-Build. Und ja, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im nächsten Live-Universe-Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.